Bevor es weiter geht in Richtung Arcane's Valor und die neue Rüstung, will ich noch kurz zeigen, wovon ich geträumt habe. Welche tolle Sachen ich mir leider nicht leisten kann. Das hier zum Beispiel. Wäre ungefähr so stark wie Arcane's Valor. Und natürlich dieser Boom hier. Mehr Schaden und Trefferquote. Beide leider unerschwinglich. Und deshalb begnügen wir uns mit dem was möglich ist. War der Reingang hier? Ja, ich glaube das kommt hin. War der Reingang hat mich erschrocken. War der Reingang hat mich erschrocken. Kein guter Start. Ich muss mir wirklich angewöhnen diese Taste zu drücken. Welche war das? Moment. Shift. Ich glaube sie heißt Shift. Damit ich mich nicht bewege, wenn ich schieße. Aber wenn ich das mache, dann kann ich es nicht rechtzeitig ausweichen. Weil ich ja nach der Stelle bleibe. Wie man es macht, man macht es falsch. So, damit ist der Reingang da unten entspürt. Wo auch wieder ein oder mehrere Hot Demons sind. Oh, ich wollte vorbeirennen. Okay. Nicht mein Tag heute. Ich dachte, ich könnte einfach dran vorbeilaufen. Egal, ich habe hier noch ein paar Trinken. Um mich zu heilen. Was brauche ich? Also, irgendwie benutze ich Magie nicht wirklich. In diesem... In diesem Chara. Zumindest bis jetzt noch nicht. Was mir wichtiger wäre, ist wahrscheinlich tatsächlich Vitalität. Nein. Wow, das gibt es doch nicht. Das war aber echt knapp. Wie viele sind hier denn noch? Einer. Schöne Rüstung. Kann ich sie auch gleich anziehen? Ich gucke mal kurz. Armor Glass. Ah, sieht doch schon besser aus. So. Tür ist wieder zu. Wieso kann ich... Wieso ist das Rot? Ach so. Ich brauche mehr Dexterity. Viel mehr Dexterity. Okay, dann werde ich in die nächste Richtung Dexterity skillen. Um mir die Next Generation... Äh... Bögen. Um sie benutzen zu können. So. Jetzt noch kurz zum Dorf. Denn ich würde diese neue Rüstung wirklich gerne identifiziert haben. Hallo, mein Freund. Bleib ein bisschen und hör'n. Ich weiß nicht, ob die Minus-3-Schadenspunkte gelten, auch wenn man die Rüstung noch nicht identifiziert hat. Wow. Ich glaube aber ja. Gut, das hebe ich mir auf. Für später vielleicht. Rüstung rein, weg. Red Bow, both... Okay, komm. Wir schmeißen both parallel weg. Ich werde sowieso nie benutzen. Wow, was kann ich für dich tun? Da ich diese Frage nie wirklich beantworten konnte. Und jetzt habe ich Rüstung. Erwisch. Erwisch. Was haben wir alles noch? Da oben ist noch eine kleine Ecke. Gut, dann mache ich das schnell. Immerhin kann ich das noch etwas wertvoller sein. Okay. There you are. Okay. Hier unten war nichts, da unten ist noch ein Raum und der Ausgang ist hier oben. Walking Simulator. Daneben. Hm. Ah. Das sind viele Vögel, das sind keine Vögel. Sie fliegen, aber sie sind keine Vögel. Sie machen gar nicht so viel Schaden, es ist nur die Menge. Bis auf den letzten, da hat glaube ich etwas mehr Schaden gemacht. Wenn ich das richtig so ablese. Okay, hier habt ihr keine Chance. Es gibt die anderen Fledermäuse, die sich teleportieren können. Eri Schrein, habe ich das mir aufgeschrieben? Als etwas Böses? Nein. Doch. Doch. Doch, doch. Den soll ich meiden. Den soll ich meiden. Ich mache mich lustig über die Musik. Was für eine höllische Musik. Äh. 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 Ich glaube… Ich glaube… Das… Haven Stone so hieß das. Eine Quest mit einem Rang für Grisford. Die hätte ich sonst in der fünften Ebene bekommen. Ich glaube nicht, dass sie in der sechsten kommt. Seht der Boden hier etwas roter aus? Der wirkt anders. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Horror Captain. Ich habe Jack Sparrow gefunden. Oh, ja. So speaks the Lord of Terror. So cool. Wenn ich nur rennen könnte. Okay. Dann will ich mich kurz teleportieren. Und zwar mit meinem Zauberspruch. Dann habe ich mir die... Wow, ich habe sogar noch meine übrig. Die Spruchrolle gespart. Und dann höre ich mir an, was die Leute zu dem... Zu dem Quest zu sagen haben. Nachdem ich mich gehalten habe. So. What ails you, mein Freund? Even meine Sprachen haben nicht genug zu retten, Farnum. Oh, ich habe mich nicht genug zu retten, aber seine Mind und Spirit sind über alles, was ich kann tun. Das klingt wie ein sehr gefährliches Ort. Wenn du da bist, bitte, take great care. Hallo, mein Freund. Stay a while and listen. I know of many myths and legends. A book that speaks of a chamber of human bones? Well, a chamber of bone is mentioned in certain archaic writings that I studied in the libraries of the East. These tomes inferred that when the lords of the underworld desired to protect great treasures, they would create domains where those who died in the attempt to steal that treasure would be forever bound to defend it. A twisted, but strangely fitting end. Das nennt man Karma. Tend ein Mann zu trinken, geese? Warum nicht dieser alte Krone tun etwas für eine Veränderung? Ja, 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 sie hat Dinge. Wenn du mich hörst, sie ist unnatürlich. Ich habe nie gesehen, dass sie sie essen oder trinken. Und du kannst nicht auf jemanden, die nicht trinken, zumindest ein wenig. Du bist immer so. Hm, er erinnert mich an den anderen Säufer, sagen wir mal. Von Diablo 2 in der Wüstenstadt. In Ludgolain, wie hieß er nochmal? Okay, also hör mal, Da ist eine Chambra-Woods, und seine Worte, wäschte, sie? Er sagt, sie... ... ...weil du siehst. Dann habe ich gesagt, dass das gegen ihn arbeiten könnte, aber wenn du denkst, dass ich es für dieses Problem finanzielle... ...ja! It all makes sense now. Peril. So much peril. Moo. Who let the cows out? Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Farnham spends far too much time here drowning his sorrows in cheap ale. I would make him leave, but he did suffer so during his time in the Labyrinth. I am afraid that I don't know anything about that, good master. Cain has many books that may be of some help. Whoa! What can I do for you? Oh, Jillian is a nice lass. Shame that her gamma is in such poor health. Or I would arrange to get both of them out of here on one of the train caravans. Oh, I know nothing in this place. But you may try asking Cain. He talks about many things. And we're not surprised maybe he had some answers to your question. Er klingt schottisch kann das sein. Good day! How may I serve you? Pepin saved my grandmother's life. And I know that I can never repay him for that. His ability to heal any sickness is more powerful than the mightiest sword. And more mysterious than any spell you can name. If you ever are in need of healing, Pepin can help you. I'm afraid that I haven't heard anything about that. Perhaps Cain the storyteller could be of some help. Help me, Obi-Wan Kenobi. I don't have any help. I don't have any help. Psst, over here. In case you haven't noticed, I don't buy anything from Tristram. Hm, a vast and mysterious treasure you say. Hm, maybe I could be interested in picking up a few things from you. Or better yet, don't you need some rare and expensive supplies to get you through this ordeal? So, dann hätten wir da sowas abgehackt. Ich fülle kurz mein Mana auf. Und zurück zu meinem Ausgangspunkt. Also, wie heißt die aktuelle Quist? The Chamber of Bow. Okay. Dann geht's gleich weiter.